So, heute geht es mal nicht hoch zum Hotel Wildschütz, heute geht es noch eine Etage höher, ne Anna? Heute geht es zur Alm. Alm heißt, nochmal 14% Steigung und nämlich viel Schalte. So ist das Flachstück zum Genießen. Noch ein Blick auf Wildschütz. Sehr zu empfehle, für ausgedehnte, lockere Radtücher. Mit guter Bewertung, ne? Das ist gar nicht so steil, wie es aussieht. Es ist noch steiler. Du spürst das Flachstück zum Gen士 ist. Du spürst das Flachstück. Das heißt hier. Mais dann wird es gut göster.